Du bist verrückt, du! Das ist die Frau, von der ich immer geträumt habe. Du hast eine grundsätzliche Abneigung gegen die Ehe. Sie haben es also schon versucht? Sie glaubt, dass der Verzicht auf körperliche Befriedigung geistig-schöpferische Kräfte freisetzt. Ich tat sie! Ich werde sie vom Gegenteil überzeugen. Eigentlich sollte ich Lou um unserer Freundschaftswillen mitteilen, welche Gedanken in ihrem Hirn geistern Friedrich. Weiß sie, dass sie dieses Gift für selbstmörderische Notfälle stehens bei sich dran, Paul? Werben legen sie keine partido in der Werbe Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020